Am späten Nachmittag gab es ein weiteres Highlight, eine Bootsfahrt auf dem Katzinga-Kanal mit einem großen Wildtierreichtum. Pippus bekommen im Laufe ihres Lebens auch so manchen Kratzer ab. Ihre Revierkämpfe sind lebensgefährlich und auf Menschen fallen keinem anderen afrikanischen Großtier so häufig zum Opfer wie ihnen. Wo so viel Wasser ist, gibt es natürlich auch Eisvögel, die Kingfischer und, na klar, den afrikanischen Fischigel mit seinen markanten Schweigen. Eine Musik. Einen Hippos haben keinerlei Skrupel, ihre Umgebung ausgiebig zu dünnen. Ibis gibt es mit einem glänzenden Grünschimmer und als Schwarz-Weiss Exemplar. Warzenschweine sind glücklicherweise meist friedlich. Mit ihren Hauern möchte man nicht gerne Bekanntschaft machen. Das ist der schwarz-weiße Ibis. Und das ist eine große Kolonie von Kormoranen, darunter Pelikane und Marabus. Und das ist der Schwarz-Weiss Exemplar. Das ist der Schwarz-Weiss Exemplar. Hinter den Elefanten sieht man schon den Lake Edwards. Der Kazinga-Kanal durchschneidet den Queen Elizabeth Nationalpark. Aber hier gibt es natürlich auch Fischerdörfer, die sich den Park mit den Wildtieren teilen müssen. Mit gelegentlichen Opfern auf beiden Seiten. Mit den Elefanten ihre Kräfte messen geht es nicht zimperlich zu. Auch ihnen sollte man in freier Wildbahn aus dem Weg gehen. Und das ist der Schwarz-Weiss Exemplar. Ja! Ja! Am späten Nachmittag kommt für die Fischer die Zeit, raus auf den See zu fahren. Allerdings, man kann es kaum glauben, noch ohne Motor. Achtung! 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 Untertitelung des ZDF, 2020